Folge 274 von Simotrans, ja, die Milch macht's und ja, hatten wir schon mal diesen Spruch, ne, keine Ahnung, der kommt glaube ich eigentlich aus den 70ern oder sowas, da war das im Fernsehen wahrscheinlich, die Milch fährt da in drei Tanklastzügen und wir hatten ein Schiff hier, oder auch zwei, die da ja beladen werden und wir haben Vieh, weil ich sehe, dass es immer mehr wird. Wir müssen mal schauen, dass wir die Vieh-Linien hier gerade abfragen, weil ich glaube, da darf definitiv auch mehr drauf, oh go, oh go, da sind ja schon reichlich drauf, ne. Äh, ja, 110, aber wir haben da 6000 liegen und die hier sind wahrscheinlich outdated, war, oder? Binnenfrachter, ne, auch eigentlich nicht, da sind ja schon reichlich drauf, ne, die fahren alle keinen Gewinn ein, was machen die denn? 70 Stück Vieh geladen. Also die fahren schon durch die Gegend, ne, wer ist denn hier, die, die Großen sind natürlich, äh, 40 Stück Vieh mehr drauf, die laufen gut. Ja, ich denke mal, wir gehen mal hier zum Werft, Schiffsdepot, Schiffe, Fähren, 70 Stück Vieh, 60 Stück Vieh, wie? Ah, warte mal, ah, okay, da gibt es erstmal weitere, da gucken wir jetzt mal gerade hier erstmal nach Vieh, okay, äh, 60 und 70, tatsächlich gibt es das große Schiff nicht mehr. Ja, naja, das ist ja jetzt nicht so toll, ne, aber, ja, was soll's, wir müssen trotzdem da mehr drauf machen, damit das Viehzeug seinen Zielort findet. So, fertig, da fahren jetzt ganz viele noch los, sieht man da oben, verlässt Depot, sieht krass aus, ne, naja, irgendwann klappt das schon, dass die auch wieder auseinander fahren. Gut, das haben wir, Wasser ist da, ja, dann sind wir hier bei dem Transportunternehmen fertig, glaube ich, weil der Empateur, der hat ja Mandeln noch im Angebot, haben wir Mandeln zum, äh, verarbeiten. Also die Marktplätze verkaufen da was. Aber wahrscheinlich nicht die Mandeln, oder? Nö. Der zweite Marktplatz wird genauso wenig Mandeln verkaufen. Hier ist er. Wofür brauchen wir Mandeln? Um Marzipan zu machen zum Beispiel. Ja, da müsste man eine neue Industrie machen, aber nicht in dieser Folge würde ich sagen, ups, das war verkehrt, äh, das wollte ich nicht, ich wollte hier hin. Baustofflager und Betonwerk, gucken wir mal gerade, was hier so los ist. Ja, hier liegen auch nur 12.000 Paletten, Stück gut. 4, 4, 4 und 3, Zement, Möbel und Betonfertigung ist hier angeversagt, ne? Was nehmen die LKWs mit? Äh, die fahren leer hin und her, auch sehr schön. Shit gut, shit gut, shit gut gibt's hier nicht. Hm. Der hier, der bringt noch was durch die Gegend, Stück gut. Aber was für welches? Steine, Zementwerk. Das, was er durch die Gegend fahren sollte, fährt er nicht durch die Gegend, ne? Das geht alles an Verpackungshersteller. Der war doch hier um der Ecke, ne? Das ist doch hier der Verpackungshersteller, oder? Ja. Da fahren nicht genügend Züge hin und her. Wo ist denn der Zug? Das ist gar kein Zug. Wo haben wir den aufgefrischt? Den haben wir aufgefrischt, ne? Dieser hier ist das wahrscheinlich. Der soll die Verpackungsmittel hinbringen, aber der braucht ja hier nicht an den Fahrplan stehend abwarten. Da müssen wir die Linie ändern, ne? Hier ist nix mit 100%. Weil, das andere muss ja auch transportiert werden. Den lass mal Rad offen, dann sehen wir, was da gleich passiert. Der nimmt jetzt hier gleich was mit. Und zwar 1000 Stück gleich. Also, 12 Fahrten ist es weg, ne? Aber ich glaube, diese Ausweiche, die ist es auch nicht mehr, ne? Aber da fährt doch sowieso nur einen Zug lang, oder? Ja. Wenn da einer mehr fährt, müssen wir das mal gleich ändern. Weil ich glaube, da fährt keiner. Da fährt nur dieser. Ja. So, jetzt ist das schon weniger. Der ist voll beladen. Also verfolgen wollen wir den jetzt gerade hier nicht. Und ich würde tatsächlich hier auch, wenn es eingleisig ist. Okay, das war jetzt nicht die Idee, ne? Das war die falsche Seite, wenn. Machen wir die andere Seite, dann geht's auch. So, Oberleitung dran, ne? Passt. Da steht jetzt ein Signal, das kann weg, weil da das Signal hin kann. Und da kommt das Signal dann hin. Dann nehmen wir das Signal da weg. Und das passt da gerade gar nicht hin. Findet keinen Weg mehr. Hm. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Oberleitung ist überall dran. Hier fehlt es vielleicht gerade an Strom, kann das sein. Ich schätze mal, jetzt findet er wieder einen Weg. Genauso ist es, da fehlte nur ein bisschen Strom. Wir können aber hier auch das mal entfernen. Ja, das passt dann besser. Dann können wir da das Signal abbauen. Das macht ja auch keinen Sinn dann da. Das ist die Frage. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, und da sind auf jeden Fall fünf. Jetzt sehen wir ja, wenn er hier ist, wie weit die Haltlänge ist. Müsste aber passen auf jeden Fall. Ja, geht. So, dann ist er eingleisig und da ist wieder zweigleisig und da fahren sowieso nur Einzug und das passt dann aber auch schon. So, dann geht es nämlich auch damit weiter, wenn die Materialien da liegen. Oh, Bahnsteig abgebaut. War jetzt falsch, ne? Ist das der? Der ist es nicht. Ist wohl doch der. Sieht das besser aus, oder? Gut, haben wir wieder gebaut. Jetzt wollte ich hier reingucken und da sieht das so aus, dass die Klamotten angekommen sind. Gut, da hat schon jemand anderes das mitgenommen, ne? Aber hier gibt es auch LKWs. Ich weiß nicht, was die da holen oder wegbringen. Papier wahrscheinlich bringen die da, ne? Aber die stehen hier, weil da geht es auch nicht weiter. Der Verpackungsmittelhersteller hat wahrscheinlich genug. Ja. Gucken wir nochmal beim Verpackungsmittelhersteller. Wie viel Papier der hat. Ja, der hat genug erstmal. Kann aber nicht nur lange dauern, dann sollte das wieder kommen. Farben, Stahl, Kunststoffgranulat und Papier. Alles ist da. Es wird aber nichts abgeholt. Das ist unser Problem. Okay, dann müssen wir da mal gucken. Ja, warte mal. Das kann ja auch genauso gut sein, dass die anderen jetzt nichts mehr abnehmen wollen, ne? Zementwerk hat wahrscheinlich genug Verpackung, ne? Ja. Schlachthof. Hat auch genug Verpackung. Hat aber kein Vieh. Aber das müsste ja auch transportiert werden. In die Geräte-Maschinenfabrik. Hat auch genug Verpackung. Hier kann produziert werden, aber Haushaltsgeräte werden nicht abgeholt. Weil wahrscheinlich dieser hier, ich glaube der war das, ne? Auch voll ist. Der könnte noch Möbel verkaufen. Aber die Leute haben genug Haushaltsgeräte. Die Mixer gehen nicht kaputt. Wieder zu gute Qualität gebaut, ne? Ja, eins ist jetzt gerade weggegangen. Ja, die Möbel müsste man dann gucken, ne? Dass das noch läuft. Gut. Geräte, Schlachthof. Warte mal, Schlachthof. Fehlt das Vieh. Wie kommen denn da Schiffe hier an? MS Vieh muss es ja sein, ne? Die fahren ewig, ne? Die sind ja hier alle voll. Kann man das auf der großen Karte mal gucken, wo das ist, oder? Dann müsste man das doch sehen, ne? Das ist da. Der ist auf dem Rückweg. Der ist auf dem Hinweg. Achso, den hatten wir gerade wahrscheinlich. Der geistet da unten rum. Der ist auch da unten. Alle fahren da unten irgendwo rum. Hier sieht es so aus, als ob das die ganz vielen sind, ne? Ja, das dauert zu lange, bis das Vieh da transportiert ist, ne? Ja, das sind die ganz vielen, die übereinander liegen jetzt. Dann ist das aber so. Da kann ich jetzt auch nicht gerade viel dran ändern, dass das da nicht vorangeht mit dem Vieh. So, das haben wir hier schon offen. Ja, das ist dann so. Aber da haben wir ja schon, weiß ich wie viele Schiffe draufgesetzt, dass das ein bisschen vorangeht da. Ja, gut. Hier haben wir einen Schrottplatz, ne? Aber was ist hier? Das ist das Aufkommen, dieser gelbe Punkt, wofür ist der gut, ne? Die Vier Ecke ist klar. Was haben wir denn hier? Achso, da ist der Wald. Wald wird, ist Holz da, aber ist auch überfüllt, ne? Sozusagen. Hätten wir das da gerade weggebracht. Ja, da fahren die LKWs schon wieder Holz weg. Wahrscheinlich, weil gerade die Verpackungsfabrik wieder was braucht, ne? Aber hier sind die 795 auch noch nicht abgeholt, aber wir hatten da auch, ja, wird nicht gebraucht zur Zeit. Ist so. Da können wir lange gucken und suchen und finden, aber, ne? Die Milch war hier, was liegt da am Hafen? Nix. Schiff ist voll, liegt am Hafen wahrscheinlich. Vieh sind es noch tausende von Schiffen, ne? Ja, die LKWs kommen jetzt natürlich hier nicht mit der Milch nach, ne? Ja, vielleicht machen wir da noch was drauf. Ich glaube, wir hatten den Grauen mit dem Tankwagen, ne? Und machen wir auf die Milchlinie. LKW Milch war das, oder? Ich weiß es nicht mehr. Super, ne, irgendwas mit Hof war das. War das Dübeln? Dübelnhof Hafen. Ich glaube, das war das. Wo sind die Milchwagen? Oh Gott, alle hier. Dübelnhof Hafen passt. Kriegen aber alle Milch. Das ist nur die Frage, wie das mit der Milch hier ist. Ja, da sind 300 Kubikmeter Flüssigkeit. Keiner bringt die da hin. Ah, das wollte ich jetzt, naja, jetzt ist auch egal. Den wollte ich haben, um zu gucken, wann kommt die Milch da an. Ja, da fahren jetzt ein paar LKW mehr, aber bringen tut das jetzt im Moment nichts, ne? Die sind auf der Milchlinie. Und wo liegt das? Auch da, oder was? So, das habe ich jetzt, hm, okay, da ist noch nicht mal eins von voll. Hm. Machen wir gerade schneller. Jetzt waren sie alle da, aber das reicht noch nicht mal. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass die da voll sind. Der fährt jetzt. Wie schnell wird das zweite voll, ist die Frage, ne? Ja, ich muss mal schnell laufen lassen. Funktioniert nicht anders. Das ist, ja, jetzt kam mal wieder ein Schwung. Jetzt kommt das Schiff zurück. Jetzt ist er da unten bei der... Jetzt ist er angekommen, aber der ist, untere ist noch nicht voll, ne? Fehlt noch wenigstens ein LKW. Dann fährt der. Da kam er jetzt, jetzt fährt der. So, das zweite Schiff ist da liegend. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt besser klappt. Schon auf dem Rückweg. Und wann kommt es an? Da kommt es jetzt an. Und dem fehlen jetzt hier noch vier Kubikmeter. Okay, der LKW kommt gerade. Das heißt, der fährt los, während der andere... Ja. Geht, sag ich mal. Passt gerade mit den LKWs, ne? Können wir so lassen. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn es das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.